wir sind es place is recording nice hallo und ewe falls jemand gewinnt wird es hochgeladen los geht's ich bin es nicht was geht schon los nein ich habe nicht geblieben das spiel ist stehengeblieben musste ganz alles schließen wieder neu machen hier geht mir etwas von spartel haltet ja ich bin so wie ich elise und elise hat mir die ersten zwei runden gewonnen obwohl ich nicht dabei haben ich hoffe ich kriege nicht so gut seite ja das ist gut gut los nein es ist ein belt ja aber du kannst nicht verlieren die ersten zwei runden selbst wenn du nicht da bist weil die teilt sich ja auch das ist ein belt ja aber du kannst immer noch teils kriegen hat man nicht aber auch bei euch zu können ich bin wieder ganz gut ich wollte sagen aber lieber wie zu gucken ob ich halte bekommen werden aber es ist wichtig ich weiß ich habe in dir zugeguckt man es war langweilig es hat sie alles so hat er hat mich schon ein bisschen er hat nahe die gespanne gab es einen mehr die nach der Fakim der mich hin geraten hat immer vor mir gekriegt die Kieger schon die übelsten items 90 hier wenn ich den sieke ich dem aus dem spiel aus ok man sieht direkt der cash der eine ach so der mit zwei wählen ja gut der hat sich auf braun der hat ein ramadons auf die lulu das gefährlich was ist denn los mit diesen leuten dann schreibt mich jetzt hier an ich habe eine Träne bekommen ich habe auch eine Träne bekommen und eine niedlich ist die Larch ja stark sehr stark oh die Wilds an die Wilden siebziger hatte ein Level 2 K6 dachte ich habe ein Level 2 Tristana ich bin schon wieder hinten als wäre ich niemals vorne gewesen Zeit ein bisschen zu losen, ich brauche einen Spaddel. Ah, Items gibt es heute auch nicht. Ne, also es ist so das Übliche. BELT! Ich habe in der ersten Runde zwei Items gekriegt und den anderen beiden gar nichts mehr. Einen packen Belt habe ich bekommen. Einen Belt habe ich auch bekommen. Ja, ich brauche keine zwei Belts, sagen wir es mal so. Und meine Ari hat halt schon verkackt, weil sie... Was? Ein gutes Warbox? 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 Wow! Wow! Gucken wir mal, ne? Also... Gucken wir mal... Ich mach gleich echt eine Elise mit Warbox, Alter. Ey, ihr kann es reißen. So, da ist der Brau mit dem Stetix-Schiff. Da ist er mit dem Spaddel Varos. Mit dem 2K-6. Ich werde mir auf jeden Fall ein Ding holen. Einen Fandom Dancer. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf aufgesetzt. Ich weiß... Ich weiß, was ich mir holen will, Jung. Ich habe gerade Nidalee verkauft, da ist Nidalee im Shop. Ich kenn das. Interessante! Aber eigentlich hätte ich mich gar nicht mehr. Einen Fonds? Einen Fond? Aber ich habe einen Müller. Und ich dachte... Scheiße, das ist das dann. Was halte ich für ein Gerücht? Das weißt du! Erst weißt du... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was was du machst. Die waren schon sehr viele Level 2er auf jeden Fall. Also es ist schon wieder ein bisschen gefährlich, um mal ganz ehrlich zu sein. Ja, ja. mit Schia, denn der, der Schia macht sich K6 und Nida, der macht die Wilds. Anscheinend. Ach, ja, hi. Ich hab grad auf dich geklickt, jetzt komm ich das dann noch raus. Rausgelacht. Ja, du sollst mich eigentlich gut besiegen können. Ja, ja, doch schon, ja. Kannst gerne nach unten. Ja, ich muss. Ich brauch einen Spaddel. Oder ich brauch einen Recurvebow, damit ich... Du hast halt auch schon wieder frech viele Items, ne? Ja, aber ich kann nix mit Ari kombinieren, weil er nur Scheiße rauskommt. Was hast du denn auch mit Ari grad drauf? Ja, fucking, hier, Jail West, ja. Der Phantom Dancer ist das einzig Geile. Das stimmt. Oder halt. Oder Guardians Angel, ne? Guardians könnte ich machen, aber... Gut, mein Job hat sich auch nicht für flüchtig Sparschein bei ner Runde. Ah, hier ist wieder Casadin. Eigentlich liebe ich Casadin den guten, aber ne. Ich hab heute was Neues vor. Die LV4 Runde schon wieder. Vergess ich immer wieder, wenn sie kommt. Ah, fuck, die LV4 Runde. Nidalee, da rein. Kein K6. Wenn der reinkommt, gewinne ich was. Sein Nidalee ist... Ne, er sind jetzt halt Wildbuffings, die Nidalee, ne? Da ist das Couch. Er hat ne Bogen auf seinem Scheiße, nimm hier. Ach, das ist der Typ, der mir den Spang geklaut hat. Den würd ich gern töten. Aber... Ich lass mich drin. Yes, sir. Gut gemacht. Der hat drei Level 2, ja? Der benutzt doch den alten Glitch-Glitch. Ah. Ja gut. Damit kann ich aber nicht... Leute, du blickst hier. Der alte Dämonen-Boy. Hi. Was sind das denn alles für Loser, Mann? Wie, ich bin jetzt schon dritter. Hast du dich auch Bock auf den Warmox Varus? Hey, Leute. Ich werd mich jetzt noch, das ist soweit. Da sind zwei Spaddel und ich bin wieder Erster. Und ich werd jetzt wieder ablosen nach dieser Runde. Und ich weiß gar nicht, was ich grad brauch hier draus. Auch diesen Spaddel. Ja, dann kann ich ja den Spaddel nehmen. Jetzt schalt mich frei. Verdammte Scheiße. Ich hab ne Träne, das heißt... Ja, das brauch ich denn, Alter. Na, es hätte nichts Gutes mitgebracht. Das echt nicht gut. Du bist ein Demons. Du bist ein Demons. Was hier hätten das, dass ich zweimal voll gegen den selben Sohn spiele. Das ist halt für all der beiden Parteien halt immer nur super scheiße. Und du solltest mal gegen Asufin und den zerstören. Das wär schön. Weil ich hasse Asufin. Weil ich hasse Asufin. Der hat nur Leid. Ich würde aufpassen, wenn ich du wär, du kämpfst jetzt gegen meine Noble Vayne. Oh. Also findet... Das... 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 Das Spiel darf neig sein, Alter. Neig sind... Laid super schlecht. Setz dich nur Müll in meinem Shop. Ah, Morgana. Du darfst leben. Dafür gibst du mir jetzt Tränen. Ich lieber anscheinend... Bitte rein. Also ich mach grad schon gute E-Kammer mehr eigentlich. Tatsächlich. Also ich komm... Ich komm immer auf meine 30 gerade. Ich verkauf gut Sachen. Kauf gut Sachen. Lass mir Spielraum ein bisschen. Jetzt... Jetzt grad wenig Spielraum tatsächlich. Aber an sich so... Schon... Also da ist Asufin. Da ist er. Verstell den mal. Ja, ne, ne. Der hat 3 Level 3er. 3 Level 2er meine ich. Und der ist unter anderem K6 dabei. Und der zerstellt jetzt meinen Varus. Wovor der überhaupt einmal shooten kann. Meine... Ich bin natürlich verwandelt und sie sind gestorben. Ne. Die konnte verliere ich. Ich konnte das passieren. Heroes always die. Heroes always die. Ja, der gewisse Loser. So, ab nach unten. Von, uhh ich muss ja. So, eine gewisse Leits. Schon das Menge, wir haben... Tja. Das ist doch so. Was sie wir haben. Wir sind gar nicht auf. Schl, wir sehen sichchein. Schрахst's auf unsvak英isch. immer schön das level abkaufen weil sonst stirbt man das stimmt was kann ich wieder machen ihr habt den falschen rausgeworfen items bitte ich hätte gerne items die krieg ich halt eh nicht aber ich hätte gerne items mit drei assassins kriege ich 150% das ist einmal kein item das ist ein item scheiße ok immerhin bin ich aber auch nicht so viel das ist ganz so geil ist hat gute dienste geleistet guten tag Ja, Ari, da bist du nicht mein Hypercarry, sondern dafür Shoujin Lulu. Alter, das ist Shoujin Lulu, hast du? Nee, hab ich noch nicht, aber ich kenn einen Shoujin, hab ich. Das ist stark. Shoujin Varus wäre halt. Schon delicious. Sehr geil. Nein, das ist ja Ludens, verkehrt, ich brauche hier Schwert und Tränen und nicht Rot und Tränen. Hast du das überhaupt gepackt auf ihr, oder? Ja, Rot und Rot machst halt Ginsus, ne? Ja, das ist halt easy. Das ist auch nice, aber Arsch. Aber Arsch. Okay. Ich hatte noch was. Change of Plans. Da hat jemand Plans of Chains. Plans within Plans. Ich überfass in Level 3 Wellen tatsächlich schon. Das klingt ein bisschen gefährlich. Wieder schon Level 3 Wellen, ich hab noch 4, 2. 2. Nee, da hat schon Level 3 Wellen. Thomas. Ach, Thomas, ja, okay. Das ist krass. Du hast auch was in Level 3 Wellen, ich hoffe, ich mach 2 hinten erstmal. Ich hab' was bestiges. Was ist das? Tag, Feli. Ja, bisschen verlieren, bisschen gewinnen, dann komm ich gut noch unten. Aber, aber. Tut mir leid. Sorry. Ich weiß auch was verlieren. Ich kann dir halt einfach nur, was verkauf ich den Alter. Oh mein Gott, ich hätte was verkaufen sollen. Fuck, zu spät. Ach, Draven. Ach, Draven. Immer wenn Draven kommt, weiß ich, das ist vorbei. Du musst Draven in Level 3 Wellen haben. Wer Draven liegen lässt, ist selber schon, wenn er verliert. Let's do this. Mach mein Economy kaputt. Steht doof rum. Pike nehme ich jetzt nicht mit. Pike, du hast verkauft. Oh, der hat einen Level 3 Wellen mit 2 Items sogar. Alter, der hat einen fucking, äh, krasser, die Level 3 mit Anti-Trits. Der wird gewinnen. Die über 2, das hat 2.000 AP. Also meine Comp ist jetzt nicht scheiße, aber es läuft dann einfach scheiße. Nice. Sooooooo. Oh, ich seh ganz genau was ich brauche und ich krieg's nicht. Ich seh ganz genau was ich brauche und ich werd's nicht kriegen, das wär perfekt. das wegen der Dream, das wegen Literally das Beste so passieren kann und das ist weg. Ja, natürlich. Der Bogen mit Draven. Ja, das wär halt schon geil. Passt halt auch gerade perfekt, wie man kommt. Und das zweite Bogen weg. Ja, spätestens, ich hätte den genommen, wenn's nicht so auf den Spann fixiert. Das sagt... Das ist der Sorcerer, Harry. Das sieht so, ne? Ich fliege Potential als erstes raus, als da Draven wieder drin ist. Ja, stimmt. Mal gucken, ne? Mal gucken. Mal gucken. höhhh?! Ha kamiah, achsooo mein Gott, ich bin so dumm. Ach ihr bist so scheiße gerade glaube ich. Ach wie bist du scheiße gerade oder ich... Ich bin so dumm. Ich hab ja mein Scheiß, ach, mein Cloak, womit ich jetzt eigentlich hab, bevor heute ein Bloodfacer zu bauen, hab ich zum C-Fig gebaut, weil ich mir dachte, ja, aber da wird ja eh nichts besseres mal rauskommen, na ja doch, anscheinend schon. Kann ich denn sonst auch irgendwas bauen damit? Mh, schwer. Ja, solange ich kein fucking Ding ins Hab, na, kommt ihr halt raus. Ach, keine Ahnung, wie schon was. Mal schauen. Äh, scheiße. Scheiße. Wo ist er? Ach. Da ist der... Scheiß, Garen. Ich hab ihn nicht gefunden. Ja, das war nicht so schlimm von mir, meinen Demon und meinen Ranger-Boros rauszunehmen. Ja, bitte tu's nicht. So, so viel kriegst du mich auf die abgestorben, wenn du jetzt stirbst. Doch. Ja. Das hast du immer gesagt und dann hast du mich rausgehauen. Ja, aber da hatte ich auch mehr Leute. Brauchte ich noch zwei... Zwei. Zwei. Nicht ein. Oh nein, da kamen die Assassinen. Dann verliere ich gegen die. Ganko-Plenker. So, alter, Ganko-Plenker. Ist geil, worauf ich spiele, Alter. Ist ziemlich vermerkend, was ich mache. Ich auch. Ich auch. Ah. Du Mörs, hi. Oh nein. Also, ich spiele gerade komplett. Wo ist der Teil Mörs? Ich würde gerne Haltungs kriegen. Tatsächlich. Da ist ein Cloak, okay. Ich brauche... Alter. Zwei Chain Vests! Jetzt bin ich wieder sauer. Jetzt bin ich wieder sauer, Alter. Guck mal, zwei Chain Vests gleichzeitig rauskriegen. Ich brauche keine Chain Vests. Wie geht's? Jetzt sauer. Das ist eine Chain Vests nicht für Urteil, weil du mit einem anderen Item critztst, ähm, so nicht da machst. Tja. Da brauche ich das erst mal. It's a Sorcerer-Gnar. Das mag ich. Eigentlich wäre so ein Assassin-Gnar echt, als er dann so von der Backline einfach alle Leute wegkickt. Ja, aber der ist zu schnell tot, während der nach hinten geht und sich nicht verwandert. Nein, das ist die Sache. Ja, wo konnte er die Akronik als erstes? Dadurch. Weil er nicht in der Frontline ist. Ja, aber auch in der Backline drehen die sich gerne auf. Weil er nur in die Antikritte hat. Ja, okay. Ich sag's mal so. Ich sag dir jetzt schon, dass Flyvee gewinnt. Meinst du? Der Kasadin ist zu gut. Der kriegt keinen crit Schaden und Chojin. Die Chojin Kassi macht gar keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn hier. Zwei Genius und einen Phantom Dancer. Das wär nice. Dauerhaft Schild haben, dauerhaft Mana burnen. Ich esse gerne Ash oder so. Jetzt hab die alle Seju haben oder sowas. Oder irgendwas Dingens hier mit diesen Mega-Stunks. Ich flieg wieder hart runter hier. Ich flieg wieder hart runter hier. Ich flieg raus, meine Komt war gar nicht zu scheiße. Aber ich war anlagiertes fuck und einmal hat sich mein Job nicht refresht. Das ist scheiße. Ich habe schon lange keinen zweiten Bauhaus gesehen, tatsächlich. Wieso kriege ich eigentlich keinen Bauhaus? Oh. Ich brauche Varus nicht mehr. Ich empfehle Skipping. Hätte ich auch nur eine Wein mehr gekriegt irgendwann. Oh, da wäre das Ganze auch schon viel besser gewesen. Alter, der Sturm. Das ist der falsche, der zu Vayne gesprungen ist. Oh, wie der soll, Alter. Oh, fuck. Das macht nichts. Das hat ihr alle nicht so. Es tut mir leid. Hast du was, Kaut hier? Ja. Klar. So, ey. So, wie wir immer schön sagen. Äh. Oh mein Gott. Glacial Swain. Ja, Glacial Swain, Alter. Was wollte ich sagen? Man trifft sich immer zum falschen Zeitpunkt. Irgendwie so. Ich habe zwar keine Glacials, aber ich brauche Swain gerade. Aber eigentlich brauche ich auch einen... Ach komm, Alter. Haben die schon mal einen Glacial weniger und ich habe einen Swain mehr. Das viel bitterer ist, dass ich hätte genug Gold gehabt, um nochmal zu leveln. Ich habe über 60 Gold gehabt. Ich habe vergessen, zu leveln. Allgemein. Gold zum Gold. Hätte Swain seine Einheit gehabt, die einen Unterschied gemacht hätte? Jetzt habe ich aber Platzprobleme. Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Ich hatte eben sechs Blade Master, zwei Ranger und wenn die mal beide Buffs ernten, dann hätten sie ihn die abgegessen. Ja, und den Garten. Mit einer Level 2 Vayne wäre einfach alles direkt tot gewesen. Ja, das stimmt. Hätten die erst mal fünf Procs gekriegt. Oh, naja. Nee, ich muss erst mal ein bisschen warten, bis ich nahe ins Level abkomme. Außer ich kriege jetzt sehr viel Schaden, weil der hat das ja mit den Kassadin. Hey, ich habe plötzlich wieder ein Red and Shen auf dem Spielfeld. Darf ich wieder mitspielen? Ich hatte das auch mal, dass ich nach dem Game Over immer noch meine Einheit hin- und herschieben konnte. Das ist ja Kassadin, der stirbt einfach nicht, ne? Alle Draven mit Bloodthirster, ne? Der hält durch. Der hält durch, Alter. Der hält durch, Alter. Er geht um. The game is on. Ich brauchst ja nur noch gut Platz. Oh, oh, Artikel 11. Die imperiale Dämonenarmee. Brauchst du vielleicht noch eine Sejuani oder so? Damit du noch den gleiche Waffe auf seinen kriegst. Hm, wird schwer. Ja. Oh, der hat eine dicke, der hat eine dicke Wehne. Ich werde zwei Sejuani sehen. Die dicke Wehne wurde weggespinnt. In Double Damage. Ja, der Double Damage war von den imperialen und ist halt auch eine dicke. Ich hab halt vier. Ja, schon krass. Ich bin ridiculös. Hab ich halt ein bisschen gerollt, gespart. Ein bisschen Glück gehabt, muss man dazu auch sagen. Der Thomas hat gerade auch seine seine ganze Bank verkauft und zu leveln. Der verzweifelt. Der hat auch echt nichts so Gutes außer die Wehnen mit Fentendancer. In der Level 1 Ash mit Gingsu's. Aber da hat vier Ranger. Muss man ihm lassen. Guck dir mal zu. Ich will dir gegen den Vögelkopper. Ein Chain West. Ich will keinen Fall die Kill. Ich hasse Chain West. Ich kann schon wieder so viele Chain West kriegen, Alter. Oh, ein Rod. Ey, krieg ich mal bitte einen Bogen? Ich hab doch keinen Bogen gehabt in dieser Runde. Oh mein Gott. Die Items. Er hat seinem unsterblichen Kassadin gerade noch Guardian Angel gegeben. Er wird da ist der Endboss. Aber Schottchen verstehe ich auch immer noch nicht. Fliegen-Uwe. Er hat auch ein Level 2 vorhin ganz toll. Mit Loons. Vielleicht ist das ein geheimer Bug. Ah, so viel. Mit der Elden hat einen dicken Junge. Der hat so viel Level 3, Alter. Junge, Junge, Junge. Heftig. Ist ihm sein Kassadin nichts wert. Ich will nicht jetzt, weil mein Draven wurde gefantomt. Der ist wieder volles Leben gewesen gerade. Ja. Was ist Draven? Der macht. Er arbeitet. Ich mag gerade sagen, wie man so schön sagt, er arbeitet. Ey, vielleicht wird das eine gute Runde. Ho, ho, ho. Es hat der vermiss ich auch wieder. Nicht mehr. Hier ist noch ein paar Dinge. Weil er war ein Draven im Shop. Ja. Oha. Da ist er. Ich roll noch mal ein kleines bisschen. Noch ein Roll. Ja. Hat er eigentlich die Hoffnung auf eine Kindred. So, das ist halt auf Filzenbogen. Einen Bogen hätte ich super gerne. Oh, Alter. Der hat die ist eigentlich derselbe Typ schon wieder? Hat einfach nur ähnliche Sachen. Nee, das ist der mit der krassen Vein. Hat einfach nur ähnliche Sachen. Mit Glacial auch jetzt. Ah, das ist alles krasse, ne? Glacial, die rastet. Ah, wenn die sich nicht auf deinen Draven fokussieren. Ja, wenn man Draven nicht krippen würde den ganzen Tag. Ah, das ist der Draven wieder. Oh, fast hätte den Pfeil geschossen. Blattförster, Alter. Auf Draven war die beste Idee, die die jemals hatte. Ja, aber fast hätte den Pfeil geschossen, aber Draven tot gewesen. Seju. Du hast genug Gold, um dir einfach so Spaß mitzunehmen. Ich würde Seju allein schon mitnehmen, um die zum anderen zu dienen ein. Nicht, dass er irgendwann noch eine L3-Seju kriegt. Das wäre schmerzhaft. Ich roll wieder ein bisschen zu viel. Ich roll wieder ein bisschen zu viel. Asophin. Asophin, kann ich mich leiden. Asophin, Asophin. Der hat auch krass viele Dreier. Keiner als ein Dreier, Mann. Ich gucke Thomas zu, aber gegen den Geist verliert. Und da nicht gut als für ihn. Der macht einen Schaden. Nee, nee, der fickt mich, Alter. Sieht gar nicht gut aus, für Thomas. Oder? Doch, jetzt bin ich ja. Okay, da wird gleich hartgerollt. Da wird gleich hartgerollt. Was wollen wir jetzt einen Bogen? Das ist ganz einfach. Wir wollen einfach einen Bogen. Und? Wir haben einen Bogen hier im Spiel. Keine Items, ne? Also keine Items, keine ganzen Items hier im Spiel. Keine ganzen. Safe der Bogen. Safe der Bogen. Ist einfach safe der Bogen. Das alles andere ist Schwachsinn für mich. Ja, doch. Das sieht gut aus. Ähm, ja, also, ich roll jetzt halt hart, ne? Mein ganz Gold wird weg sein und ich hoffe halt, dass ich was Gutes bekomme. Das ist das Einzige, was ich noch ausgebracht hätte, wäre ein Nia gewesen für den Gleichgewinn. Aber der wäre es auch weniger Waffe gewesen als der Bogen. Letzte Mal, als ich den Nia eingewechselt habe. Will ich jetzt hart leveln? Nee, ich level nicht hart. Na, wenn du das Level ab nicht mehr schaffst, dann nicht. Nee, 42, ich würde es glaube ich schaffen. Ich würde es schaffen, ja, aber ich muss rollen. So geht das Gold und Raiden. Ich sehe, Drew. Raiden arbeitet. Ich gucke gar nicht zu, wie Raiden arbeitet. Ich roll nur. Der Draven ist einfach nicht mehr zu stoppen. Oh mein Gott. Kriegst tatsächlich noch Draven da mit rein und das so weitergeht. Guckst du rein, Draven? Der rollt einfach heiß kalt weit, obwohl er kaum vorbei ist. Ja, ich roll die ganze Nia wie am Schaden. Wenn du gewinnst, dann hätte ich die Folge Draven arbeitet. Jetzt hat sie es mit mir wie geschaut. Oh, aber... Ah, die Kindred. Kinder Level 2. Kinder, Kinder. She's so coined. Das macht Thomas, Thomas und Scherzen auch seine Z2 Level 2. Aber nicht mal auf der Bank, der hat alles dafür verkauft. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Ja, der Thomas. Das ist der Glacial Thomas, ey. Scheiße. Scheiße. Draven lebt aber noch. Ja, da kannst du es halt so ein Ult, Alter. Okay. Geglacial, man. Zack, let's go, Alter. Komm. Oh, der ist der Draven arbeitet. Draven, ich baue es auf. Draven, arbeite. Das werde ich, Draven. Draven, du arbeite. Du hast deinen größten Feind rausgegeben. Draven arbeitet, Alter. Und zwar in Vollzeit. Draven. Also Finn, also Barzah. Oh, ein Swain im Shop. Lock ich? Ah, ja. Ich locke. Swain. Du brauchst einen guten alten Swain, der will zwei. Da wirst du nicht mehr aufzuhalten. Was geht denn? Flying Uwe, ey. Da geht die vom Sorcerer-Account, glaube ich. Einfach so. Flying Uwe. Dieser dicker Typ. Der ist ja gar nicht dick. Nee, der ist aber nur muskulös. Ja, was ist das? Jetzt will ich ein fertiges Item haben, bitte? Ich, ich. Erstmal 10. Wenn ich jetzt nicht mache, dass er gefahren hat, könnte nicht sein, dass er gegen den Dragon verliert, weil er umgestellt hat und sich dachte, Geil, die Ordles. Ich hab was bekommen. Oder? Nö. Nee, Ludo arbeitet. Hier schon mal für Schia? Sehr schön. Ach, ist er, ist überzeugt. Er ist einfach hart von sich überzeugt, dass er jetzt das noch ausholt. Hey, mein Shop wurde ich gerold. Also mir fehlt was im Shop. Also, ich hab den nicht gelockt. Doch, du hast den gelockt für Swain. Nee, aber ich hab Swain gekauft. Ah, Kacke, ey. Ah, der hat nur noch so viel Leben, halt. Und Varus am Start. Wie, wann die Leute vielleicht umstellen? Noch hast du die noch niemals verloren. Du weißt ja nicht, was du machen sollst. Jetzt klappt das gut. Solange deinem Dragon... Also, wie Asubasa, jetzt sind wir ein Brand hinten rumstehen. Der hat halt auch in den Zoll da hinten. Und der macht mir richtig mächtig Angst, ey. Keiner geht ab, Kacke, weil er gedingst war. Der Draven macht das. Würde das sein. Der Draven rasiert dich. Jo, Alter. Swain, ey, ist sauer. Er ist richtig sauer. So, ey, also... Es gibt immer zwei Sachen, die ich brauche. Die sind halt selten. Das sind Draven. Und das sind Swain. Was man so viel macht, ey. Ich hab mir die Gäste gleich mal einen Swain verkauft. Weil er immer noch erster ist, ey. Nicht mal einen Swain verkauft, einfach den Draven. Außer, dass er zwei Level drei hat. Der Swain macht aber auch schon einiges an Arbeit. Ah, und da ist der Swain im Shop wieder. Ne, ich hoffe auch jetzt auf den Darius. Also, äh, Draven, sorry. Weil, weil alles andere packt mich noch in Ruinen. Ich brauche den Draven 3 für... Oh, ein Ghost. Ja, es ist der Geist von Asaphine. Ich verstehe seine Team Company. Was hat er denn? Random Stuff. Der hat den kleinen Ranger Buff, den kleinen Dämonen Buff. Hat halt gute Items, aber sonst hat er irgendwie nichts. Hat vielleicht ein Uwe aber rausgehauen damit. Vielleicht ein Uwe. Das hat's da eigentlich gewonnen haben. Ich rolle und rolle. Also, ich bin durchkann auf 0 Gold, ne? Wirklich. Asaphine hat immer noch über 20. Der ist ja dumm. Ja, aber der hat auch eine volle Bank. Ja, soll er rollen? Ja. Ja, vielleicht war der da jetzt. Da hat er auch den Level 2 Rank getrackt und... Also, eigentlich müsste sein... Sein Garam müsste gesefiert werden. Wenn ich's richtig sehe. Ah, fuck, Solution. Ja, auch ganz gut eigentlich. Müssen wir halt mal ganz schnell den Garam löschen. Dankeschön. Da kommt die Ult. Nice. Let's go, Draven Rangers. Ja. Draven, halt. Der regelt. Ich hab noch nie auf Draven gespielt, fun fact. Grüße gehen raus an alle Abonnenten. Und da ist der Draven. Da ist der Draven. Da ist der letzte Draven. Geht aber von dir weg. Muss er mir eigentlich wegschnappen. Wenn ihr den jetzt nicht wegschnappt, ist er dumm. Der ist auf Kaun. Der ist auf Kaun dumm. Wow. Wow. Katus. Hat der einen Katus? Der war auf Kaun und hat er irgendwas genommen. Nee, der ist losgelaufen. Der ist auch losgelaufen. Tatsächlich. Ja, aber am Ende halt. Vorher, weiß nicht. Jetzt hat er noch gelevelt und ist nicht mal Level 8 gekommen. Der ist verzweifelt. Der ist verzweifelt, das fuck. Hat er den Katus schon wieder verkauft, ja, ne? Ja, der hat nichts mehr. Was hat der für ein Item auf Katus? Ja, ne Trainer. Absolut, die hat er Bracken gegeben. Ah, es tut so gut, dass der verliert. Ich weiß doch keine, wie der so lange auf zu höheren AP bleiben konnte. Das ist halt einfach der Draven. Das ist einfach lächerlich. Der Draven ist einfach der Bamster. Ach, das ist jetzt auch der Level 3 Draven, ey. Ja, der ist ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja eben, deswegen wollte ich den Wäldern haben. Nur deswegen. Ja. So, kommen wir mal für den, räumen wir mal für den Swain weiter. Ach, der, der hat es erst mal gelevelt, hat seine Ashe wieder rausgekriegt. Ja, der hat Level 8 gekriegt. Hat er doch noch geschafft. Das nützt ihm nix. Das ist kein Glacial Buff, oder? Ne, hat er nicht. Den bräuchte er, um Draven stillzulegen. Der hat keine Glacial, ne. Das Phantom Buff halt, ne? Der hat seinen Assassin umgesetzt, aber... Der Worst Case ist halt, dass Draven auf Dingens HP runterkommt und dann halt geassassined wird. Das wäre der Worst Case, aber... Ne, der hat seinen Assassin sowieso dafür falsch hingestellt. Ja. Lucian, Alter. Weg. Das Problem ist, wir haben ja alle Kindred, ne? Die Gegner. Ja, der Vare ist einfach weg. Mein Draven macht da keinen Schaden, weil... Die ja sterben würden dadurch. Ja. Oh, also Finn kriegt erstmal noch nen... Item, was ihm nix nützt. Was ist bei Crick? Crick, Crick, machen sie viel. Das ist geil. Und hat er noch mehr gewonnen. Ja. Ja, das ist der andere. So was guckt einfach noch zu. Ach so. Draven arbeitet. Draven works. Ja, Draven works klingt genauso gut. Draven works. Klingt immer noch nicht so gut. Der Draven just works. Das ist einfach die Wahrheit. Er wirkt einfach. Und da ist ein Seethier. Ja, und da hat es ein... Was hat er bekommen? Ionix Park. Oh, Ionix Park. Ist cool. Ja, aber bringt ihm nichts. In Draven. Darf ich, oder? Ich weiß nicht. Draven macht ja auch Spells, ne? Stimmt, ja. Ist doch nicht so schlecht. Jetzt muss er einen Ionix Park auch irgendwen geben. Du kannst jetzt zwei Leute gleichzeitig von dem rausnehmen. Ist vorbei. Dann kommen die und der Draven macht den Rest. Er arbeitet. Der works. Deine Ionix Park auf Kindle. Hat ihn auf Brand geboten. Brand steht doch sowieso hin. Ja, ne, der hat bis jetzt noch bis zum Schluss überlebt. Der schießt die ganze Zeit seine Feuerbänder. Ach, die machen einen Draven. Ja. Ja, in der Woche. Ja, sie sind. Das ist so eklig. Das ist echt der ekligste Win, den ich jemals hatte. Draven works. Eine Chance hat er noch. Ich bin doch immer noch Level 7, deswegen krieg ich keine Matchup. Er hat einen Garen nach ganz links gestellt. Hä? Ja, okay. Okay, nein, er hat noch einen nachgestellt. Jetzt hat er zwei. Jetzt steht er alle nach. Er ist nur ein bisschen langsam. Er hat jetzt rechtlich gecheckt, dass er seinen Kha'Zix auf der falschen Seite steht. Aber der wird trotzdem nicht auf den Draven. Der Draven dreht sich dann um und tötet ihn einfach. Der Draven works, nämlich. Draven works. Jetzt sollte der eigentlich auf Draven gehen. Ja, macht er tatsächlich. Läuft hinterher und wird dann von Draven angegriffen. Der Draven dreht sich um und töte ihn. Der Draven, der works, nein. Alles klar, gerne Two-Shotten. Macht auch Spaß. Kannst halt nichts gegen diesen Draven machen. Ja. Draven works. Daumen hoch. Kommentiert. Abonniert. Kommentiert. Hashtag. Krieg. Die Glauben drücken. Krieg, man.